Tag! Lang nicht gesehen, ne? Trotzdem wiedererkannt. Oh Gott, ey! Ich grüße euch zu einem neuen FC-Video auf jeden Fall auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Und ich habe zwei Themen mitgebracht. Einmal was Sportliches und einmal was über die finanzielle Situation. Einmal die Thematik oder Personalie Philipp Pentkel, der sich ja aktuell bei uns als Torhüter fit hält. Noch nicht offiziell zweiter Torhüter ist, sondern sich fit hält. Da gibt es jetzt wohl eine Entscheidung, mehr oder weniger. Und im zweiten Teil reden wir über ein Interview, welches Finanzchef Philipp Thüroff vor wenigen Tagen gegeben hat, wo er mal so ein paar kleine Einblicke über die aktuelle Lage gibt und kommen dann nicht drum rum, über die Amtszeit, gerade über die zweite Hälfte der Amtszeit von Ex-Finanzchef Alexander Werle ein bisschen zu sprechen, das etwas kritisch zu betrachten. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt und euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Wir gehen auf jeden Fall jetzt rein. Und wie sagt man, besser geht nicht. So, kurz zum Sportlichen. Thema Nummer 1, Philipp Pentkel. Das machen wir auch ganz kurz. Das ist jetzt keine große Sache. Ich nehme das jetzt deshalb kurz mit rein, weil letzte Woche, letzte Woche, meine ich, kam das mal hoch, so diese Spekulation oder diese Überlegung, dass Philipp Pentkel doch wohl eine Option sei für die Nummer 2 Torhüterposition kommende Saison. Da ist aber laut Express nichts dran. Die Verantwortlichen haben diesbezüglich noch keine Gespräche mit ihm geführt. Und er spielt auch in den Überlegungen diesbezüglich gar keine Rolle. Man ist da weiterhin auf der Suche. Und sollte man nicht fündig werden, erst dann wäre man überhaupt bereit, sage ich jetzt mal, Gespräche zu suchen. Stelle ich mir aber ehrlich gesagt schwierig vor, da jemanden zu finden, der A, das Potenzial hat, Nummer 2 zu sein und bereit ist auch, sich ein Jahr dann eben auf die Bank zu setzen als Nummer 2. Denn nächstes Jahr kommt ja Jonas Urbick zurück, der ja noch bei Gräuter Fürth jetzt spielt, die kommende Saison, ausgeliehen, unser junger Torhüter. Und da heißt es ja schon, dass er, wenn er dann nächstes Jahr zurückkommt, dass er dann halt mindestens mal die Nummer 2 sein wird und dann eben direkt in den Konkurrenzkampf mit Marvin Schwäbel gehen soll. Das ist ja nächstes Jahr schon so. Und da einen Torhüter zu finden, der sich jetzt für ein Jahr beim FC auf die Bank setzt, mit dem Wissen, dass nächstes Jahr Jonas Urbick auf jeden Fall zurückkommt, stelle ich mir etwas schwierig vor. Aber das einfach nur der Vollständigkeit halber wollte ich das mit reinnehmen, weil das eben letzte Woche nochmal Thema war. Also Philipp Hentke spielt aktuell keine Rolle in den Überlegungen bezüglich Nummer 2 für die kommende Saison. So, und als nächstes, wie versprochen, das Interview, welches Finanzchef Philipp Thüroff dem Stadtanzeiger vor wenigen Tagen gegeben hat, wo er mal so einen kleinen Einblick gibt, wie der aktuelle Stand ist. Das hat er dem, wie gesagt, dem Stadtanzeiger gegeben. Ich habe jetzt hier einen Artikel vom WDR, weil der hinter der Paywall versteckt ist, aber hier werden die Kernaussagen eben nochmal festgehalten. Und natürlich ist das jetzt nicht en detalle und aufgesplittet. Klar, es ist ein laufendes Geschäftsjahr. Die Bücher gibt es natürlich dann erst später. Und wenn es dann soweit ist, kann man sich dann eben nochmal ein genaueres Bild machen. Aber so die Kernaussagen habe ich jetzt hier nochmal so zusammengefasst. Und zwar sagt Thüroff, dass für das laufende Geschäftsjahr mit deutlichen Gewinn zu rechnen sein wird, wir aber gleichzeitig ein Sanierungsfall bleiben. Und zitiert wird er mit den Worten, wir schreiben schwarze Zahl. Das Ergebnis wird noch etwas positiver ausfallen als gedacht. Es war ein gutes Geschäftsjahr für den 1. FC Köln. Und dieses bringt uns bei unseren Vorhaben weiter. Das positive Ergebnis wird unser Eigenkapital stärken. Ziel ist es, eine nachhaltige, operative Stabilität in den Verein zu bekommen und nicht mehr von der Substanz zu zehren. Und weiter heißt es noch, dass wir im vergangenen Jahr einen Verlust verzeichnet haben von 15,7 Millionen und durch Schrägstrich mit Corona einen Umsatzverlust von 85 Millionen Euro zu verzeichnen hatten. Ja, das hört sich natürlich jetzt, so wie er es sagt, ganz gut an. Ganz gesund und vernünftig an. Aber genaueres natürlich erst dann, wenn die Bücher offengelegt werden. Ja, dennoch kommen wir nicht drumherum, mal so ein bisschen über die Amtszeit von Ex-Finanzchef Alexander Werle zu sprechen. Gerade auch die zweite Phase seiner Amtszeit. Also ich sag mal so ab 2017, wo wir erstmals wieder uns für den Europapokal qualifiziert haben. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe gerade die zweite Hälfte der Amtszeit etwas kritisch. Es gibt so zwei Möglichkeiten, wie man das formulieren will. Es gibt einmal die diplomatische Version, die geht dann ungefähr so. Die damalige Geschäftsführung mit und unter Alexander Werle hat eine enorm exorbitant hohe Risikobereitschaft an den Tag gelegt. So kann man es sagen. Man könnte auch einfach sagen, die haben einen Sanierungsfall hinterlassen. Da kann sich jeder seine Version aussuchen, wie er mag. Aber wenn man sich einfach mal anschaut, was damals für Ablösesummen bezahlt wurden, was für Spielergehälter bezahlt wurden, was da für Personalkosten sich aufgebaut haben und wie die Lage dann immer schön geredet wurde, das kann man eigentlich nur noch als Wahnsinn bezeichnen und hat schon fast Premier League-Sphären, wenn man sich den ein oder anderen Transfer mal anschaut. Ich habe mal exemplarisch mir mal vier Transfers rausgesucht. Und zwar, hier sind die ersten drei. Das ist jetzt die Saison, wo wir Modest abgegeben haben nach China und wo wir uns dann eben für Europa qualifiziert haben. Da haben wir John Cordoba ja verpflichtet für 17 Millionen. Und wenn man sich das mal hier weiter anschaut, das ist immer noch John Cordoba, hatte er damals einen Marktwert von 7 Millionen. Das heißt, wir haben einfach mal roundabout den 2,5-fachen Preis des Marktwertes hingelegt für John Cordoba. Klar, der hat dann gerade ab der zweiten Saison, wo wir dann zweite Liga gespielt haben und auch in der dritten Saison, war es ein ordentlicher Stürmer. Ja, aber 2,5-fache des Marktwerts schon happig. Auch hier Janis Horn, den wir damals aus Wolfsburg geholt haben, für 7 Millionen. Und Joao Quairoche, portugiesisches Innenverteidigertalent, für 3 Millionen. Und Quairoche, wenn man ihn so richtig ausspricht, hat nicht eine Sekunde gespielt bei den Profis. Weder in der Bundesliga noch im DFB-Pokal. Nicht eine Sekunde hat er bei uns auf dem Platz gestanden. Wir haben ihn danach immer wieder verliehen und irgendwann abgegeben. Also 3 Millionen einfach so verbrannt. Und ein Jahr später, als wir dann Zweitligist waren, haben wir Dominik Drexler für 4,5 Millionen von Holstein Kiel verpflichtet. Nee, der ist erstmal... Nee, stimmt. Bei Dominik Drexler war ja die Besonderheit, der ist ja von Kiel erstmal woanders noch hingewechselt. Und dann haben wir ihn dabei direkt geholt für 4,5 Millionen. Was aber eigentlich jetzt auch egal ist, weil es trotzdem happig ist, für einen... Als Zweitligist, für einen Spieler, der eine starke Zweitligasaison in Kiel gespielt hat, 4,5 Millionen hinzulegen. Also das ist schon... Das ist schon echt hart, ne? Das ist schon echt hart. Das einfach mal so... So ein paar Beispiele. Und auch der Geist-Vlog hatte darüber mal berichtet. Das war vor ungefähr einem Jahr. Da ging es halt unter anderem um das Eigenkapital. Hier der erste Satz. Eigenkapital war vor Corona lag es noch bei 38,5 Millionen. Und 2021 bei nur noch lediglich 1,5 Millionen. Und warum das überhaupt noch positiv war, das lag unter anderem am Verkauf von John Cordoba vor zwei Jahren, drei Jahren, zu Hertha BSC Berlin, wo wir dafür nochmal 15 Millionen bekommen hatten, weil wir da halt einen, ich sag jetzt mal, Doofen gefunden haben, der da mit Geld um sich geschmissen hat. Weil sonst wäre es, um es mal ein bisschen martialisch auszudrücken, wären hier fast die Lichter ausgegangen. Wenn dir dieser John-Cordoba-Deal nicht zustande gekommen wäre. Aber gut, das jetzt mal dazu. Mich würde mal eure Meinung interessieren zu Alexander Werle. Weil ich weiß halt, dass es auch viele FC-Fans gibt, die große Stücke auf ihn gehalten haben und immer noch halten und auch traurig waren, dass er weggegangen ist nach Stuttgart. Wie ihr das so bewertet, die Amtszeit. Und ja, gut. Jetzt sieht es besser aus. Immer noch ein Sanierungsfall. Aber ja, das erstmal dazu. Okay, dann soll es das für heute gewesen sein. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Dienstag und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Pierre. Ciao, ciao.